Willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Also noch sieht es nach gar nichts aus. Hier ist eine gesprungene Scheibe ein bisschen. Ja, wir spielen, oder ich spiele Resident Evil 7, was ich schon längere Zeit mal spielen wollte, aber halt nur mit VR-Brille. Aber da ich jetzt immer noch keine habe, habe ich mich einfach mal entschieden, das Spiel zu kaufen. Und hier im Kanal hochzuladen dann. Also ich habe schon ein bisschen Angst, weil Horrorspiele sind halt... Ich erschrecke sehr oft. Ich erschrecke sehr oft. Und das ist deswegen auch die Kamera. Damit ihr sehen könnt, wie ich mich so richtig geil erschrecke. Ja, wir starten jetzt einfach mal ein Spiel. Und ich bin gespannt. Und ich hoffe, der Ton ist laut genug. Ich weiß es noch nicht. Also mal gucken. Dann Spiel starten. Naja, wir machen mal normal. Ich werde jetzt zwar sehr oft sterben, aber... Und wieder rumfluchen, aber egal. Hey, Baby. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann's gar nicht erwarten, mit diesem Babysitterjob fertig zu sein. Und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermiss dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermiss dich so sehr. Ich schick dir tausend Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn... ...dich dies erreicht... ...such... ...mich nicht. Hm. Hey, hier ist Ethan. Oh, hey. Alles in Ordnung. Du warst auf einmal verschwunden? Ja. Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja. Ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt drei Jahre. Ich weiß. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Ach, ich kann mich jetzt schon bewegen hier. Lenken kann ich nicht. Das macht er von selbst. Also ich muss sagen, ich habe mich auch irgendwie fast gar nicht spoilern lassen. Ich habe ja weder Let's Plays geguckt, noch andere Videos, außer vielleicht ein paar Testvideos. Weil ich das ja unbedingt noch mal spielen wollte. Sollte es sein. Grafik geht aber komisch aus. Kann ich hier nicht was ändern? Ja, die Grafik sieht ja zwar eigentlich so aus. Mal gucken. Also wir befinden uns jetzt in einem schönen Wald. Wo bestimmt nichts Schlimmes passieren wird. Und da ist auch schon eine Hütte. Mit sehr netten Leuten bestimmt. Schau. Mia finden. Ja, ich soll Mia finden. Meine Freundin. Obwohl die mir extra gesagt hat, dass ich sie nicht suchen soll. Bin ich so dumm. Dann such sie. Na ja, okay. Also. Ich glaube, ich hätte sie auch gesucht, wenn nach drei Jahren ein Lebenszeichen auftauchen würde. Bestimmt nicht verschlossen. Ah ja, klar. Sieht schon recht nett aus. Da würde ich auch wohnen wollen. Gut, das Gelände müsste man zwar ein bisschen mähen und schön machen, aber ansonsten. Rechne. Ein Auto. Supergators. Supergators. Schließ dich uns an. Aha. Also. Hallo. Sneak into a Louisiana Ghost House. Was. Aha. Die Sewer Gators. Das war doch dieses. Also ich habe ja, ich habe schon die Demo angesehen in einem Let's Play Kanal. Und da hat man, glaube ich, einen von den Sewer Gators gespielt. Zum Teil. Als Kameramann. Nimm ihre Gabe an. Ja. Mach ich. Überall Mücken. Oder Fliegen. Ihh. Die Texturen sehen hier irgendwie so unscharf und verwaschen aus. Ist das normal? Irgendwie traue ich da die ganze Sache hier nicht. Grafik. Alles ab hoch. Sieht immer noch so scheiße aus. Naja. Vielleicht sieht es ja drinnen im Haus schöner aus. Aber ansonsten sieht es ja doch recht nett aus. Von den Texturen mal abgesehen. Ich habe mich mal noch nicht hin. Dann gucken wir mal abgesehen. Dann gucken wir mal hier aus. Oh. Oh. X ist schnell drehen. C ist hocken. C ist hocken. Neuntersuch. Neuntersuchung. Also da will mal abgesehen. Also da will wohl jemand, dass wir kommen und sie holen. das ist ja schon mal sehr beruhigend. Das ist ja schon mal sehr beruhigend. Zumindest wartet jemand auf uns. Und das haben ja nicht viele Leute. das Glück. Das Glück. Zum Glück habe ich eine Taschenlampe mit. Das sieht jetzt aus wie bei mir zu hause. Da fühle ich mich doch gleich mal wohl. Ja. Mit dem Führerschein kann ich bestimmt nichts machen. Das geht aber nicht. Ich glaube ich sollte mal in der nächsten Folge das äh Kamera Blutbild ein bisschen. Also diesen Blutframe ein bisschen dunkler machen oder ich weiß nicht. Oder ganz weg machen. Mal schauen. Da wollte sich jemand einen Vogel grillen. und hat ihn dann doch nicht aufgegessen. Was hier? Ein Bild. Mit nichts drauf. Mit, mit einer Person. Ähm. Nein. Da fehlt mir noch was. Also ich, ich verstehe nicht warum das. Äh. So sieht es auch in meinem Kühlschrank aus. So. Mit den. Rotzfäden hier. Äh. Spaghetti. Äh. Legt man Spaghetti in den Kühlschrank? Diese Amis. Ich mach mal hier wieder die Tür zu. Soll ja alles seine Ordnung haben. So. So. Dann geh ich mal weiter. Hier war er schon. Oh. Mist. Mist. Kakerlagensuppe. Ey. Kann ich auch ranzoomen? Ne. Was hab ich denn hier gemacht? Weiß nicht. In zwei Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Mhm. Wo die wohl hin sind? Die sind bestimmt in diesem Topf da. Also ich verstehe nicht warum manche das als Horrorspiel ansehen. Das ist bis jetzt doch noch gar nicht gruselig. Äh. Diese Mimosen. Nichts. Das gewisse Nichts. Nichts. Auch nichts außer Nutella oder Nishil. Nishil. Oh. Die Tür geht auch auf. Hm. Da schläft jemand. Und die. Irgendjemand. Guckt. Dem Menschen nicht zu. Das ist auch noch gar nicht gruselig. Das ist. Ist das meine Freundin? Die. Dingsbums. Ich hab einen Namen vergessen. Ist ja oft so, dass man den Namen seiner Freundin vergisst. Aha. Hier fehlt was. Eine Sicherung. Blödes Klavier. Hier fehlt auch was. Eine Videokassette vielleicht. Man weiß es nicht. Ich schau mich erst mal um. Hier ist zu. Äh. Ich kenne. Ich weiß aus der Demo. Dass hier unten was ist. Zack. Bin ich nicht schlau. So. Äh. Hier muss irgendwas liegen. Irgendwas muss hier liegen. Außer Kakerlaken. Scheiße. Äh. Ging es in der Demo da runter? Kann ich. Kann ich wieder hoch gehen? Sieht nicht so aus. Mist. Ich wollte noch. Verdammt. Ich wollte noch ganz hoch gehen. Mist. Ich hab Angst, dass ich jetzt irgendwas verpasst hab. Jetzt müssen wir es mit der langen Dunkelheit von Moria auf sich nehmen. Oh ne. Das war. Kein anderer Film. Ich. Ist hier vielleicht das Monster aus Star Wars drinnen? Aus diesem Müllschacht? Kann ja alles sein. Müllpress. Nicht. Müllschacht. Äh. 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 Ich kann den Blick gar nicht. Abwenden. Äh. 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 Ihh. Äh. 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 Geht mal weg hier. Der hat's. Der hat's. Was ist denn hier? Das sind Bilder von Menschen. Schön. Oh Mann! So, hier hat er jemand was. I'm sorry, Daddy, I'm sorry, Daddy, I'm sorry, Daddy. Huh, hier ist Mami, Daddy, Junge und ein Mädchen. Ja, dazu sag ich erstmal nichts. Hier ist... Mia? Hey! Come on! Ben, dead. Harold, turned. Arthur, turned. Kamara, turned. Jack, dead. Kleine Ziele. Also irgendjemand... Also die Menschen können wahrscheinlich entweder sterben oder sich verwandeln. Oh, hier geht's ja noch... noch weiter. Wow. Oh, was habe ich mich da nur eingelassen? Ach, ein Bolzenschneider, juhu! Mia! Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht! Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt! Wir müssen gehen! Daddy? Wir müssen gehen! Jetzt! Hallo! Ich mach... Ab und zu mal... Zu einem sicheren Ort! Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße! Du warst drei Jahre weg! Drei Jahre? Wirklich schon drei Jahre? Ich mach ab und zu mal die Kamera aus, wenn mal ein Intro kommt oder sowas. Ich glaub das ist besser. Ähm... Die war drei Jahre weg, ja? Ist... Ist nicht irgendwie... Dünn geworden oder... So ein richtiges... Glätt? Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt! Wir müssen erst hier raus. Ich glaube es ist hier lang. Äh... Geh mal... Hast du den Weg hier? Ich... Muss mich hier doch mal ein bisschen umgucken. Mädel. Komm ist er da und schon steht nur noch im Weg rum. Wir müssen reden, die... Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich! Das war nicht ich! Aber das hast du! Hab ich nicht! Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Ja... Mia... Weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Ja... 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 Nein... Nein, ich hab Angst... Jo... Ich kenn diesen... Warum? Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg! Sie ist weg! Wir werden deine Familie sein, jetzt wo du da bist. Was? Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Ja, dann werden wir mal diese Tür finden. Die ist bestimmt nicht hier hinten. Hier hinter. Nein. Okay. Erstmal den Brief lesen. E001. Okay. Können wir auch wieder zurückgehen? Nein! Nein! Stopp! Wie hier? Da ist die Tür! Ja. Ich guck mich erstmal hier um. Die Frau kann warten. Ui. Ui. Ja, und die Frau kann auch auf, auch, ich muss den sächsischen Akzent abgewöhnen, aber egal. Die Frau kann auch auf die nächste Folge warten, denn hier ist jetzt Schluss. Bis, bis dann. WIKA officiallingt. Vielen Dank.